So, ja, Hallöchen, weiter geht's, da geht die freien Reihe, gleich wieder auf, boah, boah, alter hast du mich jetzt erschreckt, auf 80 runter, wenn ich starte. Ich muss erst mal schlafen. Alter, ich bin schwarz. Geh mal bitte aus dem Server raus, damit ich schlafen kann. Haha, jetzt weiß ich, was du gemeint hast mit Lustig. Oh, was ist na, Alter. Warum, wie sah ich aus? Du bist über ein Bett geschwebt. Kommst du wieder? Gleich. Was wollte ich schreiben? Hast du einen Diamanten da abgebaut? Ja, ich hab einen. Okay, da hinten ist der nächste Gaspawner. Scheiße! War das jetzt bei dir oder bei mir, dieses Ding? Scheiße, nein! Komm mal wieder auf den Server. Ich bin auf dem Server. Achso. Aber ich kann den nicht töten, ich hab keine Pfeile. Scheiße, dann lenkt. Ich greife hier schon zurück an. Weil das gerade bei mir, äh, bei dir oder bei mir auf Skype? Bei mir, weil der schreibt mich die ganze Zeit an. Weil der hat einen Server und wir haben jetzt die ganze Zeit der, äh, zum Battle gemacht. Und jetzt fragt er mich die ganze Zeit, was, äh, was ich haben will. Battle oder Bau. Ich hab die ganze Zeit, mir ist es egal. Alter! Warum renne ich nicht? Nein! Ah, Alter, weg! Verpiss dich von dem! Ich muss irgendwie an den Spawner ran. Ja, zuerst müssen wir den Toten. Toten. Den Toten, genau. Scheiße! Nein, nicht sterben. Geh vom Server, wenn du fast stirbst. Bist du jetzt gestorben, oder? Nein, ich bin raus. Okay, weißt du, dann... Wir wollen einfach das ganze verhindern, dass er stirbt. Das müsst ihr verstehen. Komm wieder drauf. Wenn ich noch brenne. Ich brenne nicht mehr. Bist du jetzt Gamer? Bist du jetzt wieder? Warte. 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 So, du bist grad wieder Survival. Ja. Hast du den gekillt? Nee. Bau ab! Alter! Bist du schon wieder runter? Warum? Weil ich gerade in Lava bin. Gib mich schnell in Game Mode. Alter, sterb doch, scheiß Gast. Ja, okay, komm hoch und dann... Warte, drei, zwei... Ja, komm einfach hoch. Okay, ich krieg ein Leben abgezogen. Warte. Ja, ich cheat hier nicht alles möglich jetzt. Ich cheat mir gar nichts. Außer so 20 Diamanten. Na und? Nein, ich hab nichts. Geht schon weg. So, wieder ausmachen? Ja. Ich wollte mich nur generieren. Wo ist denn hier noch, äh, wo ist denn hier noch? Hier ist... Da oben. Da baue ich mich gerade raus. Ich glaube, wir verlassen diese verfluchte Insel einfach. Nee, die Diamanten brauchen wir. Wo ist denn hier eigentlich die Kiste? Ach, da hinten. So, der baue ich mich mal hin. Oh, ich muss mal essen. Ich könnte mal rennen. Alter! Wie hoch geht der Kack? Ziemlich. Okay, ich hab zwei Diamanten. Den letzten Diamanten... Ich hab auch zwei. Okay, das heißt... Wir gehen auf der nächsten Insel deutlich mehr. Wir könnten uns aber schon ein Schwert machen. Wo ist meine Schaufel? Da ist meine Schaufel. Dann, dann, dann. Ich hab Ende, perle. Wir verschwinden am besten. Wir gleich wieder. Nee, warte, ich hole den Diamanten noch. Wo? Welchen? Da oben noch einer. Ach, da. Du kannst wohl auf die nächste Insel. Wir werden immer besser im Aufleben. Ey, hoffentlich schaffe ich das. Was, darüber? Ja. Okay. Alter! Scheiße! Scheiße! Ich sterb gleich! Ich sterb gleich! Verdammt, verpisst euch! Verpisst euch! Ah, ich sterbe! Geh raus! Ja, bin ich auch gerade. Ja, das einzige Problem ist jetzt, dass ich auf jeden Fall sterbe, weil du musstest mich Game-Mode machen. Ich, ich? Ja, dazu muss ich dich bloß erstmal zum Operator machen. Das ist das Problem. Scheiße, das kam jetzt blöd. Alter, warum stand da so viel rum? Na, warum? Ich könnte jetzt theoretisch einfach wieder drauf und dann... Nein! Nein! Okay, Game Over. Bin ich jetzt Operator? Ja, muss es glaube ich sein. Also, wir nehmen hier mal den tollen Ladebildschirm auf, weil ich einfach gerade zu faul bin, einfach zu unterbrechen. Ja, ich kann cheaten. Ja, du könntest zum Beispiel mal das ganze Zeugs wieder hercheaten. Sag mal bloß welches. Zwei Diamanten war das Wichtigste. Zwei Diamanten, ähm, was war es noch? Ähm, einfach, ja, zwei Diamanten war doch das Wichtigste. Drei, ne, 30 Gold hatte ich noch. Hm, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 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 zwölf du das Eisen? Nein, das hattest du. Weil dann noch so 30 Eisen rund. Gut, schauen wir uns das mal an. So, jetzt könnt ihr mal miterleben, was das ist. Jetzt habe ich gerade den Server, mich gespannt auf dem Server, ne, meine ganze Spielerdatei gelöscht und dann den Server neu gestartet. Jetzt müsste ich ihn gleich runterhauen, man startet er neu. Okay, nein, nein, gerade noch geschafft. Bist du jetzt auch gestorben, ey. Nein, ich bin raus. Okay, Datei muss ich auch noch speichern. Alter. Jetzt muss der erst neu starten, der Server. Ich glaube, zwei Diamanten ist so das Wichtigste. Den Rest bekomme er schon wieder. Ja, ich habe ihn oder die zwei Diamanten und... Wetten, ich bin jetzt noch nicht in Band. Boah, da bin ich. Du kannst auch wieder drauf kommen. So, das ist es. Jetzt startest du hier auf so einer komischen, auf der Plattform wieder. Am Spawnpunkt das ist wahrscheinlich. Jetzt, äh, slash, tp, äh, da. Warte mal kurz, warte mal ganz kurz. Um, äh, cb, unterstrich 91. So, das war's. Du hast sie gerade hier gegeben. Ja, weil das war das, was du verloren hast. Okay. Jetzt gib mir mal mein Zeugs wieder. Ja, komisch ins Bild muss sich ändern. Gib mir mal mein Zeugs wieder. Das war eine scheiß Spinne, die mich runtergeschmissen hat außerdem. So, und 30 Gold noch. Hallo, woher weißt du das eigentlich? Was weiß ich? Ach, Pölzer, behalte ich gar nicht. Jetzt passt schon wieder. So, wir schicken jetzt einfach mal ein kleines bisschen die Insel ist richtig scheiße. Was steht denn da? Du hattest dein Eisenschwert noch. Da liegen noch Sachen von dir. Hallo, und Rietz ist, äh, Konzert, äh. Hallo. Und auf Mopsammelst du ein und nimmst du für mich auch der... So, jetzt gehen wir mal hier oben rauf. Alter. So, äh, leck mich. Was ist? Ja, nix. Warte. So, ihr... Verdammt, ich war ja schon drüben. Was tust du? Okay, wir... Ihr vergesst jetzt einfach das, was in den letzten Minuten passiert ist. Ich hätte ja... Ich wäre jetzt gestorben. Ich hätte ja auch so machen können, dass ich das jetzt... Bleib stehen. Mach ich jetzt aber nicht. Und bitte sterb jetzt nicht gleich. Bleib stehen, Mann. Ich will deine Sache geben. Mach ich jetzt aber nicht. Ich schneide jetzt mal nicht raus. Es ist ein paar... Ja, komm hoch. So, es geht eh gleich. Ein bisschen dauert es noch, bis die Folge voll ist. Aber wir sind jetzt einfach durchgerascht. Das wäre so einfach... Das da unten war schon mies, da hinzukommen. Ich habe jetzt... Ich hätte auch aufhören können jetzt mit dem Spiel, weil man ja eigentlich aufhören muss, wenn man es... Wenn man gestorben ist. Aber ist ja egal. Merkt ja keiner. Na, wir spielen jetzt weiter. Und jetzt gib mir meine Sachen. Ja, gib mir meine Sachen. Aufhören. Gib mir meine Sachen. Gleich. Ich brauche meine Spitzhacke vor allem. Ja, da... Ne, kein Schwert, eine Spitzhacke. Das war aber alles noch da. Spitzhacke, 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 Spitzhacke. Verdammt, das ist deine Spitzhacke. Ich hasse dieses Inventar. Bist du eigentlich noch, äh... Achso, du bist der Operator jetzt. Jetzt habe ich mal Creative Mode weg. So, wir graben jetzt einfach nur mal eine Schicht. Ai, ai, ai. Gibt das jetzt eigentlich... Ach ja, sehe ich jetzt ja die Striche seit dem einen Update, wo du gräbst. Ja, ich bin cool. Ja. Ne, eigentlich ja nicht, aber... Mö, aha, 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 aha. Doch, du bist cool, du bist cool. Ey, du machst mit mir Minecraft Let's Plays, da muss man cool sein, um sowas zu machen. Ja. Naja, es geht. Es geht. Ja, ich hab so viel Koppel, dass ich schon allein zu ne Wand aufziehen kann. Boah, ich hab genauso viel und da ist ein Bogenschütze. Scheiße, nein. Nein. Ach, das heißt Skelett. Gronkh sagt dazu Bogenschütze. Ey, wie man sowas einfach mal übernimmt. Du hast gerade abgeschossen, bemerke ich. Ich schieß alles ab, was mir jetzt in die Kiniere kommt. Ach, du hast die Pfeile auch gecheatet. Ist ja toll, wie man, äh, wie man, äh, wie gut du mit deinen neu gewonnenen Rechten umgehen kannst. Ich hab sie mir nicht ercheatet. Ja, du hast ja die ehrlich ercheatet. Du hast keine Beweise. Ne, aua. Komm, gib mal die Tür her. Mach mal die Tür rein. Du hast keine Beweise. Mach mal ne Tür rein. Und gib mal Holz her. Soll ich sie cheaten? Vergiss es, du cheatest jetzt nix mehr. Gib mal Holz her. So. Gib mal Fackeln auch her oder Kohle? Warte. Ich hab keine Kohle. Dann cheat dir mal ist der Kohle. Aha, aha, wir hatten gerade gesagt nicht cheaten. Ja, den hatte ich ja auch dabei. Ja. Wir sind hier voll die Cheater. Wir sind nur voll die Cheater. Voll die Cheater sind wir. Uh, Cheater, Sebi, du bist ein Cheater. Uh, 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 uh. Wer ist hier in Cheater? Wo bist du jetzt denn? Hey, verschwunden. Ich find keine Kohle. Und dann gehst du mal aus dem Kreativ raus, okay? Und ich find keine Kohle. Ist doch egal welche, einfach nur Kohle. Und dann gehst du aus dem Kreativ raus. Ich bin gar nicht im Kreativ drinnen. Ah, egal. Gehst trotzdem raus. Alter, gibt's keine Kohle? Doch, natürlich gibt's Kohle. Fuck. Alter, ich kann mich bei den Texturenpack nicht aus. Da ist Kohle, ich hab sie gefunden. Boah. Wie viel jetzt hast du dir drei Kohle gegeben, oder wie? Für jeden, für jeden nur meins. Ne, sag mal, wie viel waren das jetzt? Ein halber Stack. Okay. Und deine Workbench hab ich auch noch. So, und ab jetzt wird nichts mehr gecheatet, weil das sieht man ja alles. So, ab jetzt wird auch das Bett, haben wir auch ein Bett, darfst du auch noch cheaten. Ich darf den Enderman nicht anschauen. Bett darfst du noch cheaten. So, wir cheaten gerade nur das zurück, was jetzt fehlt hier. Soll ich gleich zwei Bett machen? Ja, mach. Ja. Oh, jetzt sind wir schon 15 Minuten rum, wir müssen aufhören, 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 aufhören. Okay, ja, tschüssi Leute, die Folge ist voll. Tschüss.